Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 zu einer neuen Folge Battlefield 1 Multiplayer natürlich, keine Kampagne, was laber ich da? Wir spielen heute Krieg im Ballsaal Eroberung nach einer kleinen Ladezeit, sehen wir uns natürlich wie gewohnt online wieder, bis gleich. Da sind wir wieder nach einer kurzen Ladezeit, wir gehen in den Dreier-Trupp und spielen als Sturmsoldat, gibt es hier auch noch irgendwelche Fahrzeuge, leider nein. Somit müssen wir bis nach ganz vorne laufen. Ich habe gerade gesehen, dass Origin ein paar Probleme hatte bezüglich Online-Modus, Offline-Modus und Battlefield 1 Online spielen. Und momentan kann ich ohne Probleme online spielen und das Problem scheint behoben zu sein. Gott sei Dank, weil ich wollte eigentlich jetzt Battlefield 1 aufnehmen und da habe ich mir gedacht, ja komm, gehst du mal online. Und dann ging es ja erst nicht und dann habe ich Origin mich nochmal abgemeldet, wieder angemeldet, Battlefield nochmal geladen, habe in der Zeit bei allen Störungen geguckt, also auf so einer Online-Seite. Und da stand auch, dass es wieder irgendwie behoben sein sollte und es Probleme gab. Mag ja sein. Bald kommt das erste DLC von Battlefield 1 Premium oder vier Premium-Mitglieder. Es gibt ja zwei Wochen vor Abzugang. Da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf. Ich bin mal gespannt, wann es mal wieder einen Patch gibt. Oder wann es den nächsten Patch gibt. Es gab jetzt schon lange keinen Patch mehr. Und ja, dann mal gucken, wann es da wieder rund geht. Denn ich freue mich doch schon über ein paar Updates. Denn es gibt, wie gesagt, ein paar, viele Bugs meiner Meinung nach in Battlefield, die man beheben könnte. Ja, wenn ihr davon ein paar Bugs sehen wollt oder nutzen wollt, dann schaut mal bei der Equa bei YouTube. Finde ich persönlich ein guter YouTuber und den muss man mal supporten. Support ist kein Mord. Hashtag Support ist kein Mord in die Kommentare. Flying Uwe Style. Nein, Spaß. Ähm, ja, wir müssten... Oh, was für B? E und? Ach du Scheiße, wir gehen erstmal zur E. Oh, jetzt werden wir schon ganz schön hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. gegen popschutz geschlagen sorry da treten wir noch mal bei aber ich denke mir jetzt als medik auch diese scheiß gas das gibt es wird so ab zu delta jetzt vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr glück so null zu vier vier tote schon geschluckt warum kann ich nichts abfeuern ok der scheint irgendwie buggy zu sein oder kaputt ja da kämpfen war schuld ja sowieso jetzt ja guck 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 Das war's für heute. Wieso reanimiert mich da ein Kerl? Also ich hab noch keinen einzigen Tod gemacht, ne? Es ist ja echt peinlich, das tut mir leid. Aber wieso reanimiert er mich, wenn er ganz genau weiß, dass da eine Brandgranate liegt? Also manchmal verstehe ich den eher logisches Vermögen nicht so ganz. Da kommt der davon! Ich hab 0 zu 6, ich bin so schlecht! Das kann doch nicht sein. Das nervt mich so langsam echt ein bisschen. Niederhaltungshilfe. Oh! wenigstens ein kill ja das ist schön könnte war so hat er jetzt geschluckt immerhin drei kills immerhin 0,3 akte ok ja 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 Ich hoffe, das Zeug nützt dort. Hier, Mann, erste Hilfe. Wenn die Runde mal ansehen, dann kommst du auf die Beine. Hier, erste Hilfe. Hier, erste Hilfe. Okay. Erste Hilfe, greif zu, Mann. Okay. Hier, erste Hilfe, nehmt schon. Erste Hilfe, greif zu. What the fuck? So, C wird eingenommen. E wird eingenommen. Also so langsam sollten wir mal voran. So, ab erst mal zu E im Panzer. Okay. 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 what the fuck ach man ja mein skiddle ist doch zurückgegangen würde ich sagen eindeutig zurückgegangen das regt mich schon ein bisschen auf so so hier Hier, Munition für dich! Mehr Munition! Das ist ein feindlicher Speer! Das war's für mich. Denne mache ich mich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ich wollte ihn die ganze Zeit reparieren, aber wenn er wegfährt, dann bin ich leider gestorben. Du bist geburt! So, wir könnten nochmal ins Luftschiff gehen. Oh, nice! Oh, nice! Ist es jetzt sein Ernst? Ist es jetzt sein Ernst? Ich raste noch aus, ey! Ey, du gehst überall, wo du spawnst, stirbst du, oder was? Ja, E wird auch eingenommen. Oh je, oh je, oh je, oje, oh je, oje, 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 was ein Chaos, ey! Ich bin so schlecht auch noch, noch dazu. Okay. Okay. Jetzt habe ich wenigstens mal ein paar Kills gemacht. Ich kann mich nicht beschweren. Ich kann mich echt nicht beschweren. Wo sind denn unsere ganzen Sachen? Ah, endlich mal ein Panzer. Ich kann mich nicht beschweren. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, wir haben verloren. Das war eindeutig. 6.476 Punkte haben wir erreicht. Wir haben 641 zu 1000 verloren. Bekommen wir noch ein Battle Pack oder nicht? Das ist die Frage. Weil dann könnte ich mich auch verabschieden. Ja, es scheint immer noch zu laden, bevor wir da... Oh, doch. Oh, oh, oh. Okay, mir wird nichts angezeigt. Ja. Ja, bevor wir da jetzt ewig warten, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Und bis dahin, ciao Leute, euer MH26195.